Get no sleep last night, I'm late, but time will tell, yo, said if you love me, why would you... Mit so Michael Jersen, Jordan, ey... I don't know myself, yo, that one day is a work of art, but cannot fit on... Wunderschönen, willkommen zurück zu einer neuen Folge, Splittor-Stil, ein Format, was schon länger nicht mehr kam. Nicht wundern, die Kamera quasi ist gerade so, weil wir uns im Discord schon befinden. Lasst uns bitte gerne einen Like, einen Kommentar, einen Abonnenten, einen Abonnenten, einen Follower auf Instagram. Da, Freunde, ich würde mich sehr, sehr freuen, an diesem Silvone gehen rein. Ihr kennt das Format, wenn ihr dies nicht kennt, ihr werdet es jetzt lernen. Wir sagen, es ist dann saft, wir gehen rein, let's go. Ja, was geht, Freunde, ganz kurz bevor das Video losgeht, ganz wichtige Information an euch. Und zwar könnt ihr jetzt Stickys online bestellen, Freunde, der Link befindet sich in der Videobeschreibung. Checkt das unbedingt ab, Freunde. Zudem haben wir auch mit Stickys ein riesiges Iced Out Rolex Giveaway gerade online. Deswegen, Freunde, für die, die Stickys noch nie probieren konnten, checkt das gerne ab, bestellt es euch online. Für alle Österreicher und Schweizer etc. pp. überall. Wir liefern überall hin, deswegen, Freunde, seid da gerne aktiv. Gehören Sie euch das Ganze und geht rein, Freunde. Stickys zum Wohl, siehme es Bescheid. Wir haben ja schon mal zwei Kandidaten, Servus. Moin, moin. Hi, gutes Servus und Aloha. Ich fang an mit der ersten Frage, ihr seid ready, oder? Ja. Ich mach eine lockere erstmal, okay? Ich mach eine ganz lockere. Wie viele Bundesländer hat Deutschland? Komm, ich schenke euch Geld. 16. Ich schenke euch Geld, Jungs, okay. Wie viele Stadtstaaten gibt es in Deutschland? Das heißt also, wie soll ich Stadtstaaten? Weißt du, also wenn ein Bundesland gleichzeitig eine Stadt ist? Also wir haben schon mal Berlin, Hamburg oder was? Nein, ja. Ey, so, Bruder, weiter. Ist doch ein Schlimmes. Wenn die Stadt gleichzeitig ein Bundesland ist. Du weißt ja, wie viele Bundesländer es gibt. Musa ist einfach der Gruppenarbeit, der einfach so die Note mitnimmt. Der nimmt einfach die Note mit. Auf locker von Seite. Entweder drei oder vier. Ich sag auch drei. Okay, welche drei? Ihr habt gesagt Berlin, Hamburg, welche noch? Letzte weiß ich nicht, ich hab geraten einfach. Ich sag auch drei. Aber welche, Bruder? Ihr müsst noch die letzte benennen. Ach so. Bruder, aber meinen die das gerade ernst, Chad? Bremen. Bremen. Ja, Bremen ist richtig. Digger, seid ihr irre? Was hat da für ein geistkrankes Zimmer, Chad, merk ich gerade. Ey, Chad, guck mal, es ist ein Zimmerland. Guck mal, bei mir Penner. Bei mir Abstellkammer. Sollen wir schon split und split? Wie ihr möchtet. Ihr könnt schon, ey, wenn ihr möchtet. Bruder, ich würd sagen, ich würd sagen, wir können noch eine kriegen werden. Okay, weil du bist schon über 25, du weißt das. Wie alt bist du, Relaxo? Ich bin eigentlich 20. Wer macht ihn zum Opa, lad? Welche Stadt liegt auf zwei Kontinenten? Ist es A, Ankara? Ist es B, Istanbul? Istanbul. Istanbul, ja. Sollen wir gehen oder noch? Wie die hier, die Fragen, Rawdoggen ist krank. Jungs, die Fragen werden auch immer schwerer. Macht wie ihr wollt. Bruder, die letzte Frage war schwerer als die von 30. Bruder, kann sein, ich mach dreckigen und hau jetzt ne Ekelhafte raus, ne? Bruder, wir könnten jetzt aufhören und auf Split gehen und haben wir beide 15 Euro, Bruder. Wollte reingehen, dann mach ich das Ding jetzt. 15 Euro sind 15 Euro. Weil du bist älterer AB. Wir machen einfach... Bist du auch Türke? Ja, ich komm aus Adler. Warte, Relaxo, du bist Türke. Bruder, ich hab das gekämpft. Wir machen einfach Hälfte Hälfte, weil du bist ein älterer AB. Nein, Bruder, ich vertraute. Wir sind beide Türken, wir verarschen uns nicht. Das ist die schlimmste und dreckigste Aussage. Bruder, wir verarschen uns nicht. Wenn du jetzt machst, dann ist doch A eben, Bruder. Wenn jemand diese Aussage trifft, Chat, Bruder, grausam, der zieht dir Immobilien ab, wenn es sein muss, Bruder. Wir sind beide Türken, Bruder, grausam. Warum, Billa, ich lüge nicht. Ihr müsst dann, wenn ich auf 3 sage, in Kamera halten, tamam. Okay, 3. Warte kurz, Musa, was nimmst du? Ich hab mir das schon aufgeschrieben. Warte mal, warum? Im Stil. Ganz kurz Relaxo, ganz kurz Relaxo. Weißt du, was das Dumme ist, Relaxo, Bruder? Du sagst einfach, du schwörst schon vorher, das heißt, er kann machen, was er will. Ich vertraue ihm, Bruder, ich vertraue ihm. Das ist mein AB. Ich vertraue ihm, Mala, ich vertraue ihm. 3, 2, 1, haltet richtig rein. Biss sonn. Ich sehe ihn nicht. Biss sonn. Ich hab split. Ich hab split. Gönnt dir mein Bruder, niemals, Bruder, Stil. Diese 30 Euro, oh, Bruder, oh, lecker. Eie, Bruder. Bruder, du hast doch schon dieses Setup. Ich sitze hier auf Bett mit Billig-Laptop. Wir machen nicht diese Späße, Bruder. 30 Euro haben oder nicht haben. Man sieht dich, alles super. Dankeschön, Dankeschön. Selin, sag kurz, wie alt du bist, damit die ganzen ekelhaften im Chat ihre F*** halten. 19. Du bist 19? Kannst du ihre Cam größer machen? Oh, nein, jetzt hab ich die Affen aus dem Zoo gelassen. Nein. Ich fang ganz entspannt an, Freunde. Ich will gar nicht so denken, wisst ihr. Ich schenke euch, ich schenke immer 10 Euro. Ich bin ein wohltätiger Mann. Wie viele Minuten hat eine Stunde? 60. 60. Selin hat sich erst nicht getroffen zu antworten. Also 60 haben wir schon mal. Jetzt schon abbrechen. Ach, du Scheiße, okay. Ich bin gut drauf, ich schenke euch sogar den Zwanni. Wie viele Tage hat ein Schaltjahr? Ein Schaltjahr. Wie viele hat ein normales Jahr? Jetzt ein Schaltjahr oder jetzt ein normales Jahr? Ein Schaltjahr, ein Schaltjahr. Ich wollte euch nur auf die Springer helfen. 365 Tage. Ein Schaltjahr, nicht ein normales Jahr. Was ist ein Schaltjahr, Bruderherz? Ich weiß es ja nicht, deswegen. Da bin ich raus. Die Mode-only raus, ganz schnell. Was ist ein Schaltjahr? Was passiert alle vier Jahre? Ich hab's viel nicht oft. Sag doch. Was passiert alle vier Jahre? Ach so, warte mal, hat das mit Februar und so zu tun? Ja, 29 Tage. Ja, ne? Ja, ne? Er sagt doch, guck mal, wie ich euch helfe, krank. Okay, und alle vier Jahre ist ein Schaltjahr. Und dann, was ist dann im Februar, Selin? Der 28. oder 29. Ja, und das heißt, wie viele Tage hat dann das Jahr, wenn ein normales Jahr 365? Ach so, 364 dann. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es sind 366. Nein, du gibst mir den Rest. Nein, es sind 366. Hey, warte mal. Ein normales Jahr hat auch im Februar 28 Tage, nicht 29. Nein, ich hab jetzt Minus gerechnet. Ich dachte, wir rechnen jetzt Minus. Hä, wenn Februar normalerweise 28 Tage hat, dann hat jede vier Jahre Februar 29 Tage. Also sind es 366, glaube ich. Ja, okay, dann locken wir 366. Ha, danke schön, meine Fre... Ja, wichtig, wichtig, wichtig. Warte mal, wie kamst du darauf, noch einen Tag abzuziehen? Das hat mir gerade den Rest gegeben. Guck mal, weil ich nicht wusste. Eigentlich wusste ich so, aber... Die sagt eigentlich... Ey, Selv, das ist so krass. Die sagt, eigentlich wusste ich. Ja, okay. Ich geb euch nochmal ne leichte Frage, weil, ne... Was ist die Hauptstadt von Spanien? Madrid. Selv, was sagst du? Ja, Madrid. Ey, Selv, das ist echt dein Herz. Hä, aber wir sind doch... Wir sind doch ein Team, hä? Ja, rede, rede, rede. 30 Euro. So, ich geh jetzt in die Etage. Wollt ihr Splitt ausziehen oder wollt ihr die nächste Frage? Was sagst du? Ja, nächste Frage. Dann gehen wir rein. Hä, warte, bist du dir sicher so? Bist du dir sicher so? Du weißt die nächste Frage und so. Die setzt alles auf dich, Bruder. Ja, Daniel, musst du wissen, ob du uns ganz von nicht. Wie ihr wollt. Ich hab jetzt die mittlere... Ja, wir gehen. Ich hab die mittlere Spalte jetzt ausgeräumt. Wir gehen rein. Das Ding ist, Freunde, jede Frage ist eigentlich so leicht, aber ich hab Angst, dass sie zu schwer ist. Was soll das jetzt heißen? Wie, was soll das jetzt heißen? Du wusstest nicht, was ein Schaltjahr ist, bevor ich dich beleidige. Nächste Frage, meine Damen und Herren. Was ist der 1. Mai für einen Feiertag? A, Ostermontag, B, Weltkindertag, C, Tag der Arbeit oder D, Ostersonntag? Und irgendeine Antwort von da stimmt, 100 Prozent, ne? Ja. Ich sag das Erste. Warte, kannst du nochmal die Antworten wiederholen? Ostermontag, Weltkindertag, Tag der Arbeit oder Ostersonntag? Ah, warte. Hä, das kann nicht Ostern sein. Ostern ist doch im April, oder nicht? Ich weiß nicht, ich sag Tag der Arbeit. Ich weiß nicht, warum ich heute irgendwas hier. Ja, gerne, ich wollte dich auch sagen, Tag der Arbeit. Zelle, in wenigsten sitzen die Nägel. Das ist Tag der Arbeit, passt. 40 Euro. Richtig. Wollt ihr Split auf Stil, oder wollt ihr die letzte Frage? Die letzte Frage mache ich sehr abgebildet, also das wird richtig ekelhaft. Ja, ich würde Split machen, weil bei der 50er würde der uns richtig rumwollen. Ja, da frage ich euch so Sachen wie, was ist 3x3 und so? Ich mach Split. Nimmst du, Zelle? Ich vertraue dir nicht. Du vertraut allgemeinheitlich leider. Ich schreibe es jetzt schon auf. Boah, der schreibt sehr kurz. Stil schreibt man sehr schnell. Ich muss ein Foto machen, hier ist noch schwarz. Alles gut, ja, das dauert sehr lange. Du machst Split, ne? Er hat einmal selbe geschrieben. Ich verspreche es dir, dann schwöre ich nicht, dass ich Split aufgeschrieben habe. Okay, was sagst du? Boah, Sellen, ne? Was hast du genommen, Sellen? Jetzt bin ich dick gespannt. Ja, aber ich habe noch gar nichts geschrieben. Wie kann ich mir sicher sein? Ja, ich kann ja nicht schwören. Sonst würde ich schwören. Also Split. Ich verspreche es dir, ja. Aber warum gönnst du mir so? Ich habe doch nichts gemacht. Lieber 20-20, als wir beide dann Stil nehmen und dann gar nichts haben. Drei, zwei, eins. Was denn? Ich kann es nicht mal übeln, dem Sellen. Du hast keine Frage. Komm, komm, das ist jetzt. Seid ihr ready? Habt ihr Bock? We're ready. Ich schenke 10 Euro. Ihr wisst doch, wie es ist vorhin. Ich schenke doch die 10 Euro. Deswegen, meine Damen und Herren, die erste Frage. Wie viele Ecken hat ein Quadrat? Oder das ist was für No-Jizz. Was für No-Jizz? Du weißt nicht, was ein Quadrat ist. Das ist doch wie ein Viereck, diese Vierecken. Ja, Bruder, da haben wir vier. 10 Euro, irre wirklich. Ey, ich habe alles gerade. Wisst ihr, was habe ich für ein Teammate bekommen? Ich bin dumm, habe ich gesagt. Der sagt einfach, das ist was für No-Jizz. Ja, crazy. Nächste Frage. Also, wie nennt man einen Babyhund? Ich weiß, Welpe, glaube ich. Ja, doch, Welpe. Welpe. Ey, No-Jizz, er hat sich gecarried. Bruder, ich bin... Bei Tieren, ich bin draußen. Tiere und Geografie musst du machen. Aber damit kenne ich mich auch nicht aus, das war geraten. Wer ist der Autor von Harry Potter? Boah, damit kenne ich mich nicht aus. Boah, warte, warte, war ich so ein Skandal um die oder der, so irgendwas? Ja, rede, ja, rede. Ja, Problem, ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nie mein Leben Harry Potter angeschaut oder gelesen. Ich auch nicht. Das ist eine geile Voraussetzung. Guck mal, der Name fängt an mit zwei Buchstaben. Wie? Also, Buchstabe, Punkt, nächster Buchstabe, Punkt und dann der Name. Du könntest mir wirklich alle Buchstaben nennen, bis auf den letzten Witzigwitz. Okay, ich gebe dir sogar, ich sage J.K. und jetzt? J.K. the Fox? Keine Ahnung. Warte, 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 kann man einen Joker, also skippen? Frage, neueste Frage. Bruder, einmal muss, einmal muss. Der denkt, ich bin Güter auch, der denkt, er kann Joker einsetzen. Bruder, einmal nur. Bruder, das Ding ist J.K. the Fox war sogar richtig. Ja, also. Wir loggen das nicht ein, nein, nein, logg das nicht. Okay, nein, nein, warte. Verarsch nicht, der verarscht. Bruder, ich schlock eh nichts ein. Ey, mein teammate, er lässt sich immer sowas verarschen? Bruder, ich schlock mich nicht ein, ich schlock mich nicht ein. Ich sage, lass skippen, aber. Ich gebe euch einen Telefonjoker, komm. Wirklich? Kann ich jetzt einen Anruf? Ja, ruf Andersus. Nein, mir geht echt keiner. Ich habe nicht mal einen Bombiler-Hotspot. Ich habe einen Nerd. Ey, einmal soll er mich nicht enttäuschen. Netzo! Gar nicht, du bist live. Okay, man hört dich, ich höre dich bei Daniel im Stream, Netzo. Der ruft, warte mal. Der ruft Netto Noah an, was der Joker. Man hört dich, weil ich gerade Split-Aus-Deal mache bei Daniel. Und du bist mein Telefonjoker, Netzo, okay? Oh, okay, okay. Weil du bist nämlich ein Nerd, okay? Mhm, mhm. Harry Potter, wer ist der Autor? Wie heißt diese Person? Warte, J.K. Rowling? Ich logg das ein, was er gesagt hat. Nein, warte, chill. Doch, ich vertra... J.K., weil er hat auch gesagt J.K., J.K. de wie? J.K. de was? J.K. de Fox. J.K. Rowling. Rowling? Nein, nicht de Rowling. Rowling, Rowling. Ja, okay, 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 mach mal. Wir nehmen das, wir nehmen das. Es ist Netto Noah, sich sicher. Falt immer. Harry Potter, sehe ich aus wie ein Geek? Bist du dir sicher? Ich bin schwarz, wie soll ich das wissen? Warte, du weißt es gar nicht. Aber Name, es hört sich richtig an. Ich vertraue dir. Wenn es richtig ist, kriegst du 50-50 von meiner Sache. Also, Jungs, ihr loggt J.K. Rowling ein? Ja, Bruder, aber ja. Das Ding ist, Bruder, es wäre halt wirklich J.K. de Fox gewesen. Nein. 30 Euro J.K. Rowling ist richtig. Okay, 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 okay. Okay, Jungs, wollt ihr weitermachen oder was sagt ihr? Ja, ich sag, komm, komm, komm. In welchem Bereich bist du gut? Ich? Wo kann ich auf dich 100% so vertrauen? Bruder, ich sag ehrlich gar nicht eigentlich. Welches ist das größte Organ des Menschen, Jungs? Bruder, ich weiß die Haut. Die Haut, Bruder. Ich weiß das, Bruder. Du hast dein Leben, du hast kein Chat offen nebenbei? Wallah, ich hab nichts geguckt, nichts gemacht. Wallah, ich weiß das. Okay, dann vertraue ich ihm. Bist du den Stil? Ja, wie hast du? Ey, wie er das gerade gesagt hat, diese Confidence, wenn er jetzt wirklich falsch liegt, ich wäre schockiert. Wollt ihr einladen? Ja, haut, haut, haut. Okay, ihr habt 40 Euro, Splitter-Steal, was sagt ihr? Yes. Wollt ihr Splitter-Steal oder wollt ihr auf 50 Euro gehen? Ich sag ehrlich, ich glaube, es kommt keine Frage mehr, die wir beide wissen. Aber guck mal, wir beide wissen eh, dass wir Steal machen am Ende, ne? Oh, warte. Wo das? Jetzt hat er mein Kopf doppelt gegründet. Komm, Bro. Also, im Endeffekt, wir spielen einfach für nichts jetzt also. Eigentlich ja, ja. Dann mach 50, ey, was das denn? Aber warte, man kann dir nicht vertrauen, mach weiter. Hä, du bist doch 50, wir machen 50 Euro, wir machen 50 Euro. Also, er macht, er macht umgedrehte Psychologie gegen sich selbst. Wir machen 50 Euro, wir machen 50 Euro. Totes Team. Ey, Daniel, check's. Nein, ihr seid ein totes Team, wirklich. Er ist gegen mich, er arbeitet gegen mich. Warte mal, er sagt einfach, wir machen beide Steals. Ich wollte ihn testen, ich wollte gucken, ob er ja sagt, aber jetzt, er ist, also er hat bestanden. Checkt ihr, Bruder? Ey, das müssen wir doch checken. Ich hab verstanden, aber richtig unnötig. Richtig unnötig. Ich mach sogar, ich mach sogar eine gute Frage, Chad, weil ich irgendwie Bock hab auf deren Splitter-Stil. Aus was besteht ein Diamant? Ah, aus einem Diamant, aus Silber, Lapis oder Kohlenstoff? Kohlenstoff, ich weiß es. Bruder, ich bin, ich sag dir, Bruder, ich hab... Warum ist er sich bei solchen Sachen immer so sicher? Aber er haut nicht auf richtig. Haut, Bruder, Kohlenstoff, Bruder, das weiß man doch. Das kommt unter der Erde und das kann nichts von den anderen sein. Was sagst du, Noges? Das ist ja logisch, ich weiß nicht, wer Noges ist, das fühl mich nicht angesprochen. Guck mal, ich sag's so, für die Teamchemie stimmt einfach mein Partner mal blind zu. Seid ihr sicher, Kohlenstoff, 50 Euro? 100%, 100%. Okay, 50%. Bruder, ich bin so schlau, warte mal, warte mal, warte mal. Eigentlich muss ich, okay, warte, chill. Eigentlich musst du Stil, weil du hast sehr vieles beantwortet und Janne, ich check. Sagst du, du hast hier, du wirst dir verdient so alles zu, können wir zusammen sagen. Nein, Bruder, aber so 30 Euro safe. Ja, wie, bei, hä, bei 50 Euro, wie willst du... Ich weiß, 25, 25, weiß, warte, chill. Hä, ey, mein Diamant, ey, ich versteh ihn grad nicht irgendwie. Ja, okay, du machst 100% Stil? Äh, nicht Stil, nicht Stil, split, split, split. Nein, sag mal zu. Bruder, in seinem Kopf ist nichts außer Stil drinne, Bruder. Nein, 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 nein. Du fährst jetzt die selbst damit. Ah, ah. Bruder, ich sag ehrlich, ich hab's nicht nötig, deswegen, Bruder, lass einfach helfen. Oh, Mann, Janne, wir haben es ausgesprochen. Was hast du ausgesprochen? Er hat's nicht nötig. Er ist so geil. Dann gib mir doch, dann gib mir doch. Nein, Bruder. Nein, guck mal, das Ding ist, 25 Euro kann man auch so gebrauchen, so auf den, einen Döner essen. 50 kannst du nicht gebrauchen. Einen Döner, was hast du für einen Döner, Bruder? Nein, nein, mit Kollegen, mit Kollegen auf Weihnachten. Schau nur in die Kamera, nicht auf dich selbst und sag die Wahrheit. Ich nehme split. Guck mal, das Ding ist, ich nehm, nein, 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 nein. Ich kann nicht ernst bleiben, ich kann nicht ernst bleiben, Bruder. Ich kann nicht ernst bleiben, ich kann nicht ernst bleiben. Okay, Jungs, seid ihr ready? Was wollt ihr machen? Ihr könnt aufschreiben. Wir machen, guck mal, wir machen ein Ding. Split, wir machen einfach chat, chat. Oder, komm, weil ich vertraue dir halt wirklich nicht, okay? Nein, hör zu, wir machen jetzt so. W-Team. Warte, W-Team. Schluck bis drei und der Gewinner kriegt das Ganze. Der darf stealen einfach. Ihr müsst es trotzdem auf Zettel schreiben, Bruder. Schnick, schnack, schnuck. W-Ware, w-Ware, hey, w- Nein, 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 Bruder. W-Ware mit Delay, hä? Hä, was laberst du? Okay, warte, du nimmst Split, ne? Du nimmst Split. Äh, ja, ich nimm Split. Also, wenn du jetzt Steal nimmst, dann, ich hab auch Steal, dann kriegt keiner was. Dann nimm ich auch Steal, wenn du mich ver- Oh, wir haben doch Xingqian Chong, ich hab doch gewonnen. Du hast mit Delay gemacht, ich bin doch nicht schluck. Bist du be***t? Ey, okay. Drei, zwei, eins, zeig rein. Beides Steal. Beides Steal. Ach, du, ey. Bruder, mein Herz, Bruder, bei mir auch, Bruder. Mit Herz, Bruder. Ich hab eigentlich... Einer schreibt erst Marokkaner, safe Steal. Bist du Marokkaner? Nein, Bruder, das ist nur Deko, ich bin Türke. Soll ich euch wieder 10 Euro schenken? Ich schenke euch 10 Euro, wir fangen an, ganz entspannt. Wie viele Monate hat ein Jahr? Zwölf. Hä? Eingelockt. Wieso guckt der so, das ist zwölf. Ey, wieso macht der jetzt so? Ah, warte, wo wohnt der? Ist zwölf. Das ist crazy, gar nicht. Ja? Ja, aber helft damit. Lockt der ein, warte, lockt der ein? Ja. Ja, 10 Euro, ich will nur ein bisschen nerven. Nächste Frage, ganz entspannt, ganz lockere Frage. Wie viele Seiten hat ein Würfel? Oh. Bruder, er wohnt gerade zu diesem einen menschlichen Taschenrechner. 537.000. Äh, ey, ich glaube 8, oder? Sei ehrlich, ich glaube 8. Nein, 6, oder? 8, oder? Auf jeder Seite steht eine Zahl und ein Würfel geht bis 6. Warte, warte, 8 oder 6? Das müssen 6 sein. Warte, warte. Ey, bitte, bitte, sei schlauer als ich. Boah, oben eine, unten eine. Und 4, hier 2, hier 2. Okay, Saf, ich vertraue dir. Okay, ganz kurz, ganz kurz. Wie kamst du auf 8? Ich habe irgendwie so an diese Ecken, Kanten so gedacht, weißt du? Und dann nachher kam 8 bei mir raus. Okay. Wir sind finished. Aber ich glaube bis 6, oder? Wohin, dass diese Generation es guckt. Wollt ihr 6 einloggen? Ja. Ja, ja, ja. 20 Euro bei euch rein. Er sagt einfach 8. Ich habe einfach die dümmste Community auf Twitch. Welches Tier ist dafür bekannt, dass es seine Farbe ändern kann? Ah, Chamäleon. Chamäleon. Hey, wir sind zu schlau. Ey, doch, wir sind zu schlau. Wir sind zu schlau. Ihr seid ehrlich, krass, Jungs. 30 Euro, so. Ich gehe in die Schwere dabei, das reicht mir. Wie heißt der größte Ozean der Welt? Boah, Digga. Weißt du? Äh, warte, warte, warte. Ozean. Oh, es gibt 7, es gibt 7. Das weiß ich schon. Guck mal, Bruder. Ich habe eigentlich gerade meinen Kopf, ne? Aber ich weiß nicht ganz genau. Mhm. Ozean. Bruder, lass mich ganz kurz durchgehen. Da gibt es, glaube ich, Mittelmeer. Richtig? Ja, das ist klein, aber das ist klein, das ist klein. Pazifik, Atlantik. Ich bin zu stark, vertrauen mir, Bruder. Guck mal, Entwih, das ist Pazifik. Atlantik. Es gibt noch indische Ozean, oder? Bruder, keine Ahnung, auf Herz. Guck mal, ganz kurz, ganz kurz in der Tür. Guck mal, Bruder. Ray, schwör auf alles, du guckst nicht im Chat nebenbei. Nein, ich habe kein... Oh, ich schwöre, ich habe nicht auf den Chat geguckt, wie gesagt wird. Aber was hast du gesagt, du hast Pazifik gesagt, ne? Ich habe, denke ich, Pazifik gesagt. Ja, Bruder, ich bin zu schlau. Ja, also, warte, wenn er sagt... Guck mal, wenn er sagt, du hast nicht im Chat geschaut, wie Pazifik. Guck mal, Bruder, Ray, sag mal, Ray, sag mal, Ray, sag mal. Ich schwöre, ich habe nicht im Chat geguckt, beantwortet. Ich schwöre, ich habe nicht auf den Chat geguckt, beantwortet. 40 Euro, Heide. Letzte Frage, ich f*** euch jetzt richtig, ist mir scheißegal. Jetzt geht ihr mir auf die Eier, jetzt f***t ihr mich ab. Ja, ihr dürft doch entscheiden. Ihr könnt doch weitermachen, oder nicht? Ey, sollen wir jetzt einfach diese Teilen, 20 Euro hier auf Hack, weißt du, teilen wir uns auf. Kannst du damit was Schönes essen? Alles oder nix, Bruder, alles, alles oder nix. Bist du dir, sich... Bruder, diese 5 Euro, die tun nicht weh, so 20, 20. Bro, Inflation, Inflation, 5 Euro. Scholz. Okay, also willst du weitermachen? Ja, wir machen weiter, alles oder nix. Okay, wer ist der schnellste Vogel der Welt? Ist es A, der Adler, ist es B, der Wanderfalke, ist es C, die Bachstelze, oder ist es D, der Elster? Bitte, bitte, Netto, bitte. Elster, Bachstelze, nicht. Entweder Adler oder Falke. Bruder, ich sage... Ich sage, ein Falke ist gefährlich. Dieser Name Falke, der ist gefährlich, weißt du? Ich sage, der kann so... Und wenn einer so sagt, du Falke, Bruder, dann du denkst dir, du bist richtig schnell. Falke ist auch ein bekanntes Tier, so Adler, man kennt, ist auf Euroschein und Euro-Münze drauf. Und so Falke, sonst würdest du nicht kennen, wenn es nicht das Schnellste wäre. Ja, ja, aufhören. Ich sage Falke. So schnell kommt man von 40 Euro auf 50 Euro. Macht Splitter-Stil, heide herrlai, ich will euch im Splitter-Stil sehen. Guck mal, Netto, ich habe letzte Runde, habe ich mit ihm geteilt, brüderlich, das war so ein Allmann. Ich habe mit ihm so 50-50 gemacht. Du hast behindert gesteilt. Nein. Du hast das letzte Mal behindert gesteilt. Nein, ich habe nicht gesteilt. Auf Ernst vertraue ihm nicht, er will diese Fitner machen zwischen uns beiden. Jetzt schon. Er will diese Fitner machen zwischen uns beiden, der will so diese Dribbelereien machen, aber vertraue mir. Ich habe mit dem geteilt, der ist danach glücklich, der war gar nicht am weinen oder so. Der ist danach glücklich aus dem Call gegangen, hat sich bei mir gedankt. Der hat fast geweint, hat der arme Tschüss, was eine Herrlein, mach mal deine Haare runter, what the fuck. Ey. Ich bin Türk, ich habe das nur wegen meinen Kollegen, ich will meine Kollegen unterstützen. Guck mal, Bruder, wie er jetzt extra nicht zeigt, wie er guckt und so, Ray, weißt du, damit du ihn nicht lesen kannst. Wie? Er will nicht lachen, Bruder. Er spielt mit einem Maghrebi. Ray, was nimmst du? Bruder, hört er mich gerade nicht? Ich nehme Split, ganz klar. Guck mal, wir sind so diese 50-50, wir gehen danach morgen entspannt, wir holen uns einen Döner. Wir können sogar noch unseren Kollegen einen Döner ausgeben. Ja, ja. Weißt du, Bruder, das ist das einfache Leben, Bruder. Du bist Marokkaner, es ist schwer dir zu vertrauen. Sagst du, auf Marokko, du machst Split. Bruder, Bruder, für alle Marokkaner, Bruder, die wissen, alle Marokkaner, die gerade hier gucken, die wissen, wir sind loyal und ehrlich, die Menschen, Bruder, zu 90%. Drei, zwei, eins, zeigt rein. Zum zweiten Mal haben wir einen L***-Sieg gegeben. Zum zweiten Mal, ich habe wieder so gut gelogen, alle. Auf Marokko, Bruder. Lieber Maghreb. Du bist reich, Bruder. Zeig jetzt deinen Kontostand. Ich zeig jetzt, ohne zu leaken. Warte, darf ich nicht, ich kann nichts leaken. Jetzt offiziell Broke, Miri, ernst. Guck dir den Hund an. Das ist kein Ben for Ben, das ist Broke for Broke. Mein Freund wird mich so auslachen, der wird sich das bestimmt in zwei Tagen angucken. Wer, wer, wer? Mein Freund. Shoutouts an ihn, guckt er mich auch? Ja, ich guck ihn auch, ne, wegen dir. Hey, bester Mann, das will ich hören. Ganz entspannte Frage, die Hauptstadt von Belgien. Mein Vater hat mich... Oh, warte, warte, ist es... Ich muss lernen, aber jetzt weiß ich das nicht, wenn du fragst. Ich schwör, es ist... Ich war da sogar schon. Prag, oder nicht? Nein, nein, Prag ist Tschechien. Warte, 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 chill, chill, ich weiß es. Von Belgien? Oh, ich fühl mich wie ein Hauptschüler irgendwie, ist verrückt. Ich musste das Freund am Tisch auswendig lernen und jetzt weiß ich es nicht mehr. Ich geb euch eine Minute Zeit und dann schmeiß ich euch ohne was zu sagen raus. In Belgien? Das ist so peinlich. Oh, ist verrückt, ehrlich. Brüssel. Ja, danke, danke, es ist Brüssel. Brüssel. Danke, danke. Brüssel. Danke. Boah, wie unverdient. Okay, nächste Frage. Ich mach's sehr leicht, damit wir hier ein bisschen vorankommen. Wie viele Planeten hat unser Sonnensystem? Warte. Wir müssen, wir müssen zählen, wir müssen zählen. Merkur, Mars, Erde. Saturn, Sonne. Wow, zählt Sonne dazu? Ja, klar. Nein, oder? Doch. Oh mein Gott. Geh mal raus. Wow, was? Sonne zählt doch nicht dazu? Da gibt's doch so ein Sprichwort irgendwie. Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unser... Und dann noch... Ich glaube, es sind acht. Es müssen acht sein. Ja, okay, wenn du meinst. Ich bin mir nicht... Ich hab das nie gelernt. Was sagt ihr? Also wir sind gerade bei acht. Ist richtig, passt. Wer hat Romeo und Julia geschrieben? Goethe. Nein. 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 Goethe ist crazy. Es sind Sachen, die man weiß, aber ich bin gerade tot aufgeregt. Ich weiß es nicht. Ich tue das wie ich zitter. Wie kommt der Name zittert? Ich tue die Antwort von der Vater. Nein, die zählt nicht. Der Vater cheatet einfach. Chat-emote-only raus. Einfach Vater kommt rein für den Joker. Ey, ihr seid so dämlich, ne? Der hat einfach... Die kriegt einen Vater-Joker. Crazy. Das ist so geil. Okay, wollt ihr die nächste Frage, oder wie sieht sie aus? Warte, warte. Wir müssen überlegen. Wir müssen überlegen. Ich weiß nicht. Goethe ist so eine witzige, krasse Antwort gerade gewesen. Wollt ihr die nächste Frage, oder wollt ihr Splitt das hier machen? Machst du es vielleicht ein bisschen leichter. Was? Was soll ich dich fragen? Ich glaube, wir lassen es dabei. Wir wollen... Ja, okay, dann lass. Dann lass Splitt machen. Jenny, was willst du nehmen, sagst du? Was schwebt dir vor? Was denkst du, was du nimmst? Also, ich würde Splitten, dann hat jeder was. Aber mir ist klar, man kann keinen Männern vertrauen. Rede. Deswegen... Und was sagst du dazu, Luis? Also, ich würde auch sagen, wir haben uns da durchgekämpft. Es sind 30 Euro, es hätte auch schon früher vorbei sein können. Deswegen würde ich sagen, nimmt jeder die 15 Euro einfach mit. Und du bist jetzt wieder dieser Naive, der der Frau vertraut, am Ende verarschtest du dich, oder wie? Ja, weil ich kann ja auch nicht die Naive sein, dem ihm vertrauen. Deswegen ist es... Oder... Ich würde Splitt machen, aber... Ich würde auch Splitt machen, ehrlich. Ohne Scheiß jetzt. Weil dann habt ihr beide 15 oder einer hat halt... Boah, einer hat 30. Guck mal, du könntest da mit deinem Freund lecker essen gehen, so auf Entspannend. Ey, lass ja nix von dem einen reden, bitte. Er hat sogar Geburtstag bald. Daniel, was machst du? Ja, ich würde Splitt machen. Drei, zwei, eins... Ich hab auch Ziele aufgeschickt. Ihr seid beide Schrott. Kein Cent geht aus meiner Tasche. Wenn du meinen Vater reinholen würdest, das wäre so lustig. Er ist so ein lustiger Mensch, wirklich. Soll ich eine Runde mit deinem Vater machen? Ja, mach mal. Wie soll ich sie nennen? Mich? Ja. Ich bin Radek. Okay, Radek. Ganz wichtig. Tochter hat dir vieles falsch gemacht. Jetzt musst du das Ganze hier gerade biegen. Okay, ich fang locker an. Ich schenke immer 10 Euro. 10 Euro schenke ich mit der Frage, wer war der erste Mensch, der den Mond betrat? Wer war der erste Mensch auf dem Mond? Äh, Juri Gagarin. Kann sogar sein, ne? Es gibt zwei Antworten bei sowas, Chat. Wisst ihr, was das Ding ist, Chat? Was er jetzt geantwortet hat, ist nicht mal falsch, aber das, was er meint, ist der erste Mensch im All. Auf dem Mond. Nicht im All, auf dem Mond. Du hast recht gehabt. Juri Gagarin ist richtig, wenn es im All war, aber nicht auf dem Allding. Auf dem Mond. Ja, wer war der erste Mensch auf dem Mond? Es war ein Amerikaner. Wenn ich das weiß, darf ich auch Antworten? Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Armstrong. Gott sei Dank. Mal, Alter, ich würde es auch sagen. Wie viele Jahre hat ein Jahrhundert? Echt? Wunder. Wollt, wir machen weiter. Ayla wollte 1.000 sagen. Ich hab's gern gehört. 1.000 sagen. Sie wollte einfach 1.000 sagen, das ist krass. Okay, nächste Frage. Wann wurde der Euro eingeführt in Deutschland? A, 2000, 2004, 1995 oder 2002? Ich würde sagen 1995. Was sagst du? Nein, warte. 2004. 2004 gekommen ist, stimmt 2004. Was sagst du, Ayla? Ich glaub auch, nein, was waren die Aussagen nochmal? Wir haben einmal 2002, 2004, 2000 und 1995. Ich bin mir nicht sicher zwischen 2002 und 2004. Mein Vater sagt, als die nach Deutschland gekommen sind, wurde der eingeführt. Wann seid ihr nach Deutschland gekommen? Na ja, das ist die Frage, schon lange. Ja, guck, das ist schon lange her. Was sagst du? Müssen wir anwarten? Ja, 2004. 2004. Sagst du, Ayla? Ich weiß es nicht, ich bin mir unsicher. Ja, dann 2004. Seid ihr euch sicher? Wollt ihr es einloggen, so wie es ist? Ich glaube, es ist 2002. Es ist 2002. Ja, nee, haben wir schon zweimal gesagt, 2004. Das wird falsch sein. Ja, dann ist doch so. Das ist nochmal Spaß. Okay, also soll ich jetzt 2004 oder 2002 einloggen? Wie sagt man das bei Werd-Millionär? Und 2002. Bei uns. 2002? Es ist 2002, schon lange her. Ja, ist richtig. Ihr habt die ganze Zeit 2004 gesagt. Ich hab euch vor 50 Möglichkeiten noch gegeben. Wie lange ist die Strecke eines Marathons? A, 10 Kilometer. B, 23 Kilometer. D, äh, C, 53 Kilometer. Oder D, 42 Kilometer. Warte, ich weiß das. Ich habe acht Jahre lang Volleyball gespielt. Ich weiß das. Warte. Klar. Bist du da einmal Marathon gelaufen beim Volleyball oder was? Wir haben immer laufen müssen, deswegen. 42. Ja, 42. Ich brauche die Antwort vom Papa. Ich glaube, das wird schon ein bisschen, aber 23 habe ich das mal. Das ist die Halbmarathon, glaube ich, 23. Ja, 43. Dann gibt es die normale Marathon, ist, wie war das, 43? Nein, 42. Also, nee, 42 ist die Antwort mitgespielt. Weil 23 ist, glaube ich, die Halbmarathon. Richtig. Dann ist 42 der komplette Marathon. Letzte Frage, wird auch ein bisschen schwerer, ja? Welche Stadt wird die ewige Stadt genannt? Ist das A, Berlin, B, Mailand, C, Rom oder D, Warschau? Ewige Stadt. Warschau, wenn das Warschau-Welt befindet. Nein, dafür, dass... Ah, stimmt, Warschau kann er ausschließen, ja, stimmt. Ewige Stadt. Nein, ich enthalte mich. Rom, Mailand, beide italienische, ja, Berlin. Ist das Rom? Bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es Rom ist. Rom oder Mailand, eins von beiden ist richtig. Nein, Rom. Mailand macht gar keinen Sinn, Mailand hat gar keine Geschichte gefüllt. Die hat Mailand einfach zum Mund gemacht. Läggst du Rom? Ja, Rom. Machen wir Rom. Der 50 Euro voll. Gut, richtig. Hä, aber die sind auch im Zweierteam. Mein Freund ist auch in der Wageschlange, darf ich den reinholen? Ja, wie heißt der? Justin. Ich mache die Kamera an, warte. Okay, was nehmt ihr? Ja, ich würde Split nehmen, weil die Fragen waren gerecht aufgeteilt. Mein Vater hat ein paar beantwortet und sie hat ein paar beantwortet. Und wir sind beide Mädels. Ja, ich finde, wir sollten schon aufteilen. Drei, zwei, eins, zeig rein. Ja, ich wusste es. Was ist los? Ja, beide Stil. Oh mein Gott. Beide wollten das Geld. Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst uns wieder gerne liken, kommentieren, abo da. Lasst uns voll auf Instagram, da freuen. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Ich küsse euch herzen, was da am Samst, da am Sao da rein und ciao.